Der Deutsche Computerspielpreis 2015 – Auszeichnungen herausragender deutscher Spiele in 14 Kategorien Der DCP wird ab 2015 erstmals in bis zu 14 Kategorien vergeben, um der Vielfalt von Computerspielen gerecht zu werden. Neu dabei sind der Publikumspreis und drei internationale Kategorien. Und ihr könnt live bei der Preisverleihung dabei sein – mit GamesTV24. In diesem Kanal findet ihr am 21. April 2015 nicht nur live die große Preisverleihung aus Berlin, sondern bereits vorher und nachher eine umfangreiche Vor- und Nachberichterstattung über den Preis, die nominierten Spiele sowie spannende Interviews im Rahmen der Preisverleihung. Weitere Infos findet ihr in Kürze an dieser Stelle. Wir freuen uns auf euch! Der Deutsche Computerspielpreis 2015 – live präsentiert von GamesTV24. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017